Da kriegt man den Belebten wieder als Tag. Was ist denn da drauf? Ich hatte die Schaukel, ich hatte nicht mehr genug Power die Welt zu halten. Dallos zum Abschluss frei! Ich bin Detective! Nein, bist du nicht. Dallos Vegas. Dallos zum Abschluss frei. Dallos zum Abschluss frei, mit Gaming auch. Ok. Wenn es beide Detective gewinnen, dann sind die Scheiße. Dallos und ich geben Early zum Abschluss frei. Alles klar. Schauke, pass auf. So, wo ist Early? Ich glaube, Krebs hat Early aus der Liste. Nein, aber heute hier wurde zum Abschluss frei gegeben. Gaming ist schon wieder Traitor. Habe ich dir erlaubt, uns Krebs zu töten? Ich lass einfach mal befreien. Die beiden Detective haben dich zum Abschluss frei gegeben, Early. Hallo! Was willst du? Da ist Early Bob. Krebs hat los, was willst du, hä? Du stehst auf seinem Fernsehen. Hallo und versuch mich zu killen! Äh, die Krebs meinen die verdammte Scheiße! Jetzt beschuldet ihr schon wieder den Detective. Ganz komischer Vogel. Die beiden Schaukeln sind schon mal kaputt, das ist gut. Du hast dir die Schaukeln kaputt gemacht. Das ist irgendwie ein bisschen zu ruhig, Strands. Findest du nicht auch? Ja, aber ich glaube, die sind schon ein paar Tore. Fisk hat eine Silent Sniper übrigens. Ja, glaube ich. Wo ist der? Welches Haus, welche Farbe? Hier steht er. Das ist einer. Oh, ich bin sein Ziel scheinbar. Er guckt mich die ganze Zeit an. Fisk? Gator Park. Ja oder nein? Gator Park. Gator Park. Gator Park. Gator Park. Geh da, du. Geh da, du. Ich glaube, Krebs hat gerade gefragt, wo Fisk ist. Aber er weiß Bescheid. Wo ist Fisk? Fisk hat eine Heilige. Winst du wieder? Oh, Heilige! Oh, das war besser. Heilige Disco. Was? Ganz alle geflogen. Ganz alle geflogen. Ich dachte, die Heilige. Der übrigens verdächtig ruhig ist. Da steht an Erli voranzukriere. Also, die fiskandiert. Wir haben fünf bestimmte Zielers. Ich globe, Maro und Good Gaming sind irgendwie Ziel und äh, Killer irgendwie. Die hängen halt zusammen rum. Wenn ich beide so nehme. Ja, ja. Ziele und Killer halt. Das wäre lustig, wenn es auch für Innens gäbe, damit müsste ich jeder nicht töten. ganz dünnes eisdruck dann das war eine frage das war eine frage das war eine frage das war eine frage hat sich getötet ich habe eine funktionierte schaukel was ich drauf gesetzt ich bin das ist ein mythos ich glaube ich muss mich töten weil er kommt mit der orientierung von das ist ja nicht schwer das ist jedes jahr so dass das ist das markieren mark war nicht die besten aber es ist seit 2005 schon ja was aber doch hin zum beispiel betteln jetzt war ja die alten herren Ich kaufe gleich das Radar, um zu sehen, ob jemand schon mehr tot ist. Fehlst gut angeschossen. Endlich, da kommt der Friendship. Ich weiß es nicht, irgendwo, wo der Ding ist, wo der Friendship-Beam. Was ist denn der Friendship-Beam los, Alter? Der knickt immer so ab in letzter Zeit. Oh Mann. Der Friendship-Beam ist einfach nicht mehr geil. Zauber von Chilo! Die kommt nicht! Hab ich! Hab ich übrigens gekillt? Hab ich! Weil die Schnauzen, sonst gebe ich den End. Die sind noch nicht getötet, alles klar. Wer hat auf mich geschossen grad? Aber, Mau! Fisk! Ey! Bist du wieder da? Ey, du was? Dalu hat ihn gekillt! Fipp zurück! Ja, Dalu ist tot. Warum? Fade! Ey, Nephi! Ja, ich wollte da auch mal rein. Ich will auch mal reingucken. Was steckst du da drin? Nephi ist es. Ey, wir müssen die ganze Zeit hinterher. Haut rein! Ne, du bist immer rein. Versuch's gar nicht erst. Maru. Ist Maru denn schon... Ne, Maru ist noch nicht tot. Machst du nicht mit Dalu gleich? Was ist noch mit Chigas? Strat! Oh, irgendwer hat auf mich geschossen. Du hast ne Taube! Das war... Und? Da hat sie aufgehung verschiegel. Wo ist Grants? Grants, komm mal zu mir! Grants! Was denn? Hier! Nicht Crips, ey, ist es nicht. Hast du einen Credit? Wieso schießt du die gerade auf mich? Grants, hast du Credit? Äh, ja, ich kann gucken. Na, guck mal her, hier. Tata ist mir aber zu verdächtig hier. Hm? Verlassen sie den Tatort. Hey, ich wollte dich grad abknallen, weil du auf einen Crips schießt und dann hast du aber genug so gerne eine Taube in der Hand. Ja, ich hab Mario auch geschossen. Oben auf dem Crips, confirmst du ihn nicht? Er kommt schon. Ich hab dich gar nichts an, wie ich meine Arbeiten mache. Fisk! Ob nicht. Alain, Crips, du machst mich so nervös. Crips, lebt doch mal da und wieder! Im Blauen Zimmer. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich arm bin. War die ganze Zeit auf seiner Liste, oder? Ja, leider alles. Crips! Weil wir sind ja daran hängen geblieben, dass wenn ein Nierpferd langsam ist, ist ja klar, dass die Orientierung gut ist, weil es sich ja nicht viel merken muss. Ja? Und deswegen... Ach so, verdammt. Flügelfallstrom, oder was? Jetzt wird ein Flügel gehoben. Also... ...kopst das aufm Arsch und so. Die Frage bei den Tauben ist es also, ob er eine europäische oder afrikanische Taube ist, oder? Ich denke, es ist eine... Ja, natürlich. Jetzt verständlich. Ich denke mal, es liegt kein Ding daran, ob es ständig mit Bauben sind und so weiter. Ich denke, sie wäre eine Austaug, denn sie wollte nicht fliegen. Könnte dann ein eigenes Video zu sehen, ey. Es ist der große Unterschied, ob sie jetzt eine Kokosnuss tragen kann oder nicht. Sie soll nur eine Bombe tragen, nichts weiter! Wasser! Wo ist jetzt eigentlich Grainsafe? Den Spruch, ich wollte Nils gerade auch als Detective einfach töten. Moment, welchen jetzt? Ja. Ja. Hier wird ein Witz auf meine Kosten gemacht. Ich bin ein Witz. Egal, es ist auch schwerer. Ja, ja. Ein Heels gewährt, ja? Und dann 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 Heels gewährt, ja? Gut, dass du nicht London gesagt hast. Oh, was ist denn da? Da war ich noch schneller. Wir waren wieder schossen. Sorry. Es ist doch mal heiß. Ich bin einmal noch aushängen geblieben. Das ist doch mal ein. Ich verstecke mich unten bei der Bahn. Hier, bitteschön. Ich bin mit Aros erschossen worden. Richtet mich hin. Von Dalu. Dalu, 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 Dalu. Du hast nachgeladen. Dead Ringer. Wäre es mein Target nicht gewesen wäre, hätte ich als Traitor confirmed gewesen sein müssen. Was? Wo war der? W-wann verschießt? Ich bin also kontaktendo, das ist irgendwie, tut mir leid, aber... Aha. The Grants irgendwo gesehen, weh? Der ist gepoppt aus dem Dutling. Oh, Grants ist schon tot, ey. Hallo! Okay. Wirklich du? Sehr gut. Ist du dir sicher? Ah, hallo. Ah, hier ist Blut. Da? 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 Ja. Wieso schon auf die Lampen? Das ist noch eine harte Sache. Hast du da? Hast du da? Du bist das. Der Oliver durstig. Der Oliver durstig? Snake? Er ist hier. Fisk ist hier. Da hinten ist ein Traitor. Und wie heißt dieser Traitor? Oh. Wer war das? Du was hast? Wer hat mich doch untergeschobst? Wer war das? Ich war das nicht early, ich war woanders. War das vielleicht als Prop? War da hier Nephi? Nein, ich war das nicht. Das war Nephi. Irgendwer hat eine Disco geworfen. Das Gaming hat Nils gegen Early getötet. Achso. Nein, hab ich nicht. Nein, der ist hier verbrannt gerade. Nein. Nephi ist es. Nephi ist es. Oh, wow. Oh, das ist Craps, das ist nicht Nephi. Entschuldigung, ist nicht Craps, äh, nicht Nephi. Und so weiter. Oh mein Gott. Das mit der Disco war ja so geil. Wer hat die geworfen? Ich hab die geworfen. Ich hab die geworfen. Einfach Wäldchen. Early ist mit dem Flopper vom Dach geflogen. Ich dachte schon Early stirbt jetzt eigentlich, ne. Ah, Nephi, ey, die Rache. Oh, Grenz, ey. Komm mal. Steh ich genau auf der Liste, die Rache. Bist du der Erste auf deiner Liste? Hast du es kurz geglaubt oder nicht? Na, ich hab mir dann schon gedacht, dass du das bist. Ja, der umelte mit deiner Silence. So, ich sing auf Craps, du bist auf der Scheiße. Direkt im Radar gekauft. Mein Face? Wo ist der, boy? Ja, ich weiß, sorry. Mein Face hilft doch nichts. Und dann hab ich Maru mitgenommen. Der stand zufällig auch auf meiner Liste. Der warst mal halb tot, ey. Ja, das tut mir leid. Ach, ich hab mich abgeschossen. Ja, ich bin an meiner scheiße Maus hängen geblieben. Das war echt kacke. Und dann sagt die, du hast nachgeladen. Dafür wird man schon erschöpft. Das war leider offensichtlich. Nein. 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 Craps, was machst du? Au! Ich glaub, ich stehe auf Craps, Liste. Mordversuch von Early. Oh, Auge. Pack das. Was war das? Komm her! Lass mal Fenster zu machen. Weg da, Nils. Das ist ein Ramm. Komm! Komm jetzt! üss. Stuchci! Thomas, komm! Das war Windows für suspense! Nilsث good! Let's 360 Ja, mach' mal! Ich film das! Und dann laden wir dazu, weil Skatbotkörper… Diss da drin! Du hast dich mit der Schaukel selbst geschlagen. Hab ich gar nicht, du hast geschossen, du hast den Schuss abgegeben. Krabs, kannst du das Eis? Krabs, kannst du das Eis? Erli wollen Krabs töten mit der Schaukel. Erli hat es mit der Krabs erschießen. Erli steht auf, erli siehste. Krabs! Aber Erli ist nicht gut genug. Oh, der war so klein noch. Aber er wollte nicht wirklich mit der Schaukel gehen. Und da sind die auf mich geschossen. Wie bitte? Wer war da? Wer ist jetzt weggeflogen? Ah, da, Lukas. Sonst Kratz. Der hat sich selbst mit der scheiß Schaukel weggemacht. Dann ist es Krabs. Au! Maru ist da. Weißt du, bin ich allein mit den Traitern? Ne, ne, ich bin noch da. Nefias lebt wieder. Nefias ist ein Traitor auf jeden Fall. Und Renz auch. Geht da nie auf eure Liste? Sag mal. Doch, jetzt schon. Hey, das ist ein Neubau, da kann man nicht drauf schießen, ja? Schau mal, mach mal aus dem Fenster. Wie toll ist das? Guckuck! Guckuck! Wo bist du? Siehst du ihn, Nefi? Ja, jetzt hab ich ihn gesehen. Guck mal so ein Köpfchen raus. Guckuck! Moin. Hallo! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschau! Tschau!